Waldbrände, kranke Bäume, Borkenkäfer und extreme Trockenheit. Den Wäldern in Deutschland geht es so schlecht wie nie zuvor. Das zeigt der aktuelle Waldzustandsbericht des Bundes. Jetzt hat es in den vergangenen Monaten vielerorts reichlich Niederschlage gegeben. Ist das jetzt endlich die große Entspannung für unseren Wald? Wir sind unterwegs im Sauerland. Hier treffen wir Thomas Kemmerling, Leiter von Wald und Holz, Nordrhein-Westfalen. Die feuchtkühle Witterung im Frühjahr kam dem Wald hier zugute. Die Bodenschichten sind wieder wassergesättigt. Das ist für den Wald eine gute Nachricht. Bringt uns aber keineswegs die vitalen Wälder, die wir vor den Katastrophenjahren ab 2018 hatten, wieder zurück. Das ist so. Wir haben in Nordrhein-Westfalen 146.000 Hektar Kalamitätsflächen. Und die bleiben natürlich Kalamitätsflächen. Aber auf der anderen Seite helfen uns natürlich die Niederschläge bei den Kulturen, die anstehen. Wir müssen ja den Wald wieder verjüngen. Und da ist immer so eine sensible Phase, wenn es um Anwuchs geht. Und da hilft uns das Wasser im Boden schon sehr. Das muss man einfach sagen. Also das ist eine gute Nachricht. Und auch die Fichtenreste, die wir noch haben. Also wir haben noch rund 40 Prozent Fichtenvorräte. Da hilft es uns natürlich auch sehr, dass eben das Frühjahr sehr feucht war und auch kühl war. Weil der Borkenkäfer, der mag diese kühl-feuchte Witterung gar nicht. Und die Fichte mag sie sehr, weil die Fichte dann in der Lage ist, Harz zu bilden, um eben den Borkenkäfer bekämpfen zu können. Auch da hilft uns dieses Wasser sehr. Aber Waldökosysteme sind langlebige Ökosysteme. Und schon ein Extremwetterjahr im nächsten Jahr kann schon vieles wieder über den Haufen werfen. Und deswegen ist es zwar einerseits positiv und schön und zu begrüßen, aber es ist nicht die Lösung für das gesamte komplexe Problem. Kahle Stellen im Wald begünstigen wiederum ein extremes Mikroklima. Ein großes Problem, vor allem für die Aufforstung in trockenen Jahren. Also wenn wir große Kahlflächen haben, dann ist das für die danach kommende Verjüngung immer sehr schwierig, weil wir extrem Temperaturen haben, auch extreme Verhältnisse, was den Wasserhaushalt angeht. Es war sehr schwierig, gerade die sehr trockenen Frühjahre und auch die Herbste waren auch viel zu trocken. Das sind die klassischen Zeiträume, wo eben dann eine neue Kultur angelegt wird, wenn es um Kunstverjüngung geht. Das hat uns natürlich großes Kopfzerbrechen bereitet. Wir haben also hohe Ausfälle auch zu verzeichnen gehabt. War eine schwierige Situation. Auch die Naturverjüngung ist in diesen Extremjahren nur rudimentär gekommen, muss man sagen. Zumindest auf vielen Flächen ist es immer eine Standortfrage natürlich auch. Aber wir sehen jetzt nach diesem recht feuchten Frühjahr, dass also die Vegetation tatsächlich üppig ist. Sie ist wieder frisch grün und insofern haben wir jetzt also viel, viel bessere Startvoraussetzungen. Fürster stehen vor großen Herausforderungen. Denn schon heute müssen Entscheidungen für einen Wald getroffen werden, der mit dem Klima der Zukunft zurechtkommen muss. Alle Infos zum Wetter und Klima findet ihr bei uns auf wetteronline.de und in der WetterOnline-App. Ich bin Marco Kaschuba von WetterOnline.